Wir gehen jetzt einfach mal rein. Ich komm, wir, 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 wir brechen, wir beenden einfach direkt diese Misere direkt zum Anfang des Videos, damit ihr keiner am Ende heult. Weil wir gehen mal in die Abgo-Teile und ihr seht direkt hier schon über mir. Keine Charosserie, vor, vor, okay, dann gibt's halt kein White-Body-Kid. Ich mein, da gibt's schöne, Street-Hunters und, ja, da gibt's ein paar. Und dann gehen wir doch mal auf die Body-Kid-Teile und schauen doch mal. Hm, oh, die Forza-Stoßstange. Mann, die hab ich mir auch gewünscht. Ach krass, die Finnen sitzen ja so, dass sie mein Kot-Plügel-Gefühl gleich ableiten. Ich habe keine Ahnung, wer auf die Idee kam, die Finne nehmen, die Scheinwerfer zu prügeln. Ja, aber spoilermäßig sind wir doch ganz geil. Die Forze Aero, das macht ganz andere Dinge mit mir. Das tönt mich auf einem Level an. Man glaubt es gar nicht. Es ist der absolute Wahnsinn. Das ist das geilste Tuning-Teil und wir können den Spoiler noch demontieren. Ja, meine lieben Kinder, das waren die Tuning-Optionen, die es für den neuen Set gibt.